Der Erklärbier und ich glaube Teil 3. Heute möchte ich noch mal euch ein bisschen was zum Honig beschriften und vermarkten erklären. Ein paar wichtige Angaben halt, die gemacht werden müssen, was muss auf dem Etikett draufstehen und ja noch so ein paar Sachen zur der rechtlichen Geschichte. Also bleibt dran und bis gleich. So, jetzt erst einmal zum Honig an sich. Honig ist dann Honig, wenn 20 oder unter 20% Wasser enthalten sind. Das ist schon mal eine Vorschrift, gesetzlich halt. Ihr müsst unter 20% Wasseranteil im Honig sein, ansonsten dürft ihr das nicht als Honig verkaufen. Es gibt Ausnahmen, da darf das auch bei 23% liegen, aber so pauschal muss der Wassergehalt bei Honig unter 20% liegen. Der Deutsche Imkerbund, der schreibt hier an der Stelle sogar vor, dass der Wassergehalt unter 18% sein muss. Also sobald ihr das Deutsche Imkerbundetikett verwenden wollt, muss der Honig unter 18% sein. Im besten Fall habt ihr den Honig aber unter 17% sogar, weil da die Gärwahrscheinlichkeit ganz, ganz gering ist. Was macht Honig noch aus? Honig ist nur dann Honig, wenn dem Honig nichts zugefügt wurde und nichts entnommen wurde. Ihr dürft ihn also nicht mit Wasser vermischen oder aber mit Kirsche vermischen oder sonstigen Geschichten. In diesem Fall, wo ihr etwas hinzufügt, ist es halt kein Honig mehr und ihr dürft ihn auch nicht als Honig verkaufen. Ihr dürft ihn an der Stelle auch nicht Kirschhonig oder ähnlich nennen, sondern die Bezeichnung Honig darf dann gar nicht mehr vorkommen. Genauso ist es, dass ihr dem Honig nichts entnehmen dürft. Also irgendetwas rausnehmen, rausfiltern oder sonst dergleichen. Viele Industriehonige werden auch noch gefiltert. Ja, die meisten Imker oder die normalen Imker, die sieben den Honig nur. Das heißt, wie ihr in meinem Video Honigernte gesehen habt, für die, die es nicht gesehen haben, ich verlinke hier oben einfach mal die Playlist Honigernte. Da wird der Honig von mir gesiebt und so machen das eigentlich alle Imker, weil die Möglichkeit zum Filtern gar nicht besteht. Das Filtern ist an der Stelle auch gar nicht gut, weil da ganz, ganz viele Pollen und ähnliches mit rausgefiltert werden und dem Honig einfach entnommen werden. Ist das an der Stelle noch Honig? Von der Definition sehr wahrscheinlich nicht. Dann gibt es ja die sogenannten Honigsorten. Zum Beispiel hier auf dem Etikett steht Raps mit Frühtracht. Das ist die Honigsorte in dem Glas. Da müsst ihr auch aufpassen, das was vorne steht, das muss zu 40% in dem Honig enthalten sein. 40% ist da wieder auch die gesetzliche Vorgabe. Der Deutsche Imkerbund schreibt hier wieder 60% vor. Sobald Raps mit Frühtracht draufsteht, ist der Rapsanteil zu erfüllen. Seid ihr euch unsicher, was drin ist, könnt ihr Frühtracht mit Raps draufschreiben, dann ist das in Ordnung. Ihr könnt aber auch nur Raps draufschreiben, sobald 40 bzw. 60% erfüllt sind. Ebenso bei anderen Honigen. Wenn ihr euch einfach nicht sicher seid, ob überhaupt Raps oder sonst was drin ist, könnt ihr auch einfach Frühtracht draufschreiben, Sommerblütenhonig, Sommerhonig oder Sommertracht oder sonst dergleichen. Zu den Gläsern hier, sobald, also ihr seht, ich habe hier mein Honigetikett und hier habe ich mein Gewehrverschluss drüber. Was auf dem Honigetikett draufstehen muss, das werde ich jetzt gleich noch einmal erklären. Der Gewehrverschluss, den braucht ihr nicht, wenn ihr das Glas persönlich abgebt. Sobald sich der Kunde das Glas aus dem Regal nehmen kann oder so, ist dieser Gewehrverschluss auch wieder gesetzlich vorgeschrieben. Zu dem Honigetikett. Ich blende das einfach mal hier irgendwo, wo Platz ist, in etwas größer ein, um euch das nochmal zu zeigen, was da drauf ist. Und zwar muss auf dem Etikett die Verkehrsbezeichnung drauf. Das ist natürlich Honig. Blütenhonig, Bienenhonig, Honig. Was befindet sich in dem Glas? Dann muss der Name des Imkers drauf. Ja, das ist in diesem Fall natürlich mein Name. Ja, Adresse ist drauf und meine Telefonnummer habe ich drauf, meine E-Mail-Adresse und die Internetadresse habe ich auch noch mit drauf. Dann geht es weiter, hier unten, mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum. Das Mindesthaltbarkeitsdatum könnt ihr entweder mit Monatjahr draufschreiben. In diesem Fall muss da drüber stehen, mindestens haltbar bis Ende. Oder ihr könnt den Tag draufschreiben. In diesem Fall reicht dann mindestens haltbar bis. Bei dem Haltbarkeitsdatum, ja, die meisten von euch werden es schon ahnen, Honig wird so gesehen nicht schlecht. Honig kann kristallisieren und sieht nicht mehr schön aus und Honig kann, ja, gären. Aber so gesehen kann Honig nicht schlecht werden bei ordnungsgemäßer Lagerung. Es wird empfohlen, für gewöhnlich zwei Jahre Haltbarkeit draufzuschreiben. Ihr könnt natürlich auch weniger draufschreiben, ja, ganz wie ihr das mögt. Dann geht es weiter mit der Grammangabe. Ja, die Nettofüllangabe, wie viel Gramm sich im Glas befinden, muss auch auf dem Etikett draufstehen. Das sind hier in diesem Fall 500 Gramm. Bei Gläsern von 200 Gramm bis 1 Kilo, also 1000 Gramm, muss das mindestens 4 Millimeter groß sein, die Grammangabe. Ja, zur Grammangabe, da kann ich auch direkt nochmal euch mitteilen, dass ihr eine geeichte Waage benötigt oder zumindest natürlich die Mengen nachwiegen müsst. Wenn ihr es nachwiegt und euch vermessen habt, dann habt ihr natürlich das Problem, dass ihr was zu- oder abnehmen müsst. Also im besten Fall direkt auf einer geeichten Waage vornehmen und dann seid ihr sicher, dass die richtige Menge drin ist. Dann muss klar erkennbar sein, wo der Honig geerntet wurde. So, das habe ich hier unten draufstehen. Deutscher Bienenhonig aus der Region. Aus der Region reicht nicht. Ihr müsst dann schon, in welchem Land. Also, dass es in Deutschland geerntet wurde. Somit, deutscher Bienenhonig ist da die Angabe, dass es in Deutschland geerntet wurde und aus Deutschland kommt. Dann, ganz wichtig, benötigt ihr noch eine Loskennzeichnung. Ja, Loskennzeichnung, was ist das? Die Loskennzeichnung soll die Fuhre beschreiben, in welcher Abfüllung das Glas zugehört. Bei gegebenenfalls irgendwelchen Unreinheiten oder wenn irgendetwas in dem Honig gefunden wird, in einem anderen Glas. Dann muss von euch nachvollziehbar sein, welche Gläser davon noch betroffen sind. Und somit braucht ihr eine Loskennzeichnung, eine Losnummer. Die könnt ihr euch auch etwas einfacher machen, indem ihr das Mindesthaltbarkeitsdatum nehmt. Hier aber Vorsicht! Ihr müsst vor das Mindesthaltbarkeitsdatum immer ein L schreiben. Das erkennbar ist, dass sich dies auch um die Losnummer handelt. Die Losnummer müsst ihr euch dann natürlich auch notieren und die Menge der Gläser und so aufschreiben. Dass ihr auch wisst, wie viel es davon gibt, wie viel ihr noch zu Hause habt und um welche Honige es sich da genau handelt. Zum Hinzugeben oder Entnehmen des Honigs, was ihr dürft, ist den Honig mischen. Ja, habe ich jetzt noch nicht gemacht, beziehungsweise natürlich nicht die verschiedenen Ernten, die ich da an der Stelle gemischt habe. Aus den Völkern ist das natürlich gemischt, das wird zusammen geschleudert, aber das ist ja so gesehen auch eine Ernte. Beim Gewicht habt ihr gewisse Abweichungen oder gewisse Toleranzen, die ihr einhalten müsst oder Abweichungen, die ihr haben dürft. Und zwar ist es beim Deutschen Imkerbund, bei den DIB-Gläsern, dass ihr minus 3% im Glas haben dürft. Allerdings muss die Durchschnittsmenge aus so und so vielen Gläsern, ich glaube das waren an der Stelle aus 50 Gläsern, muss dann wiederum auf 500 Gramm kommen. Die Abweichung nach oben ist an der Stelle egal, da gibt es keine Grenze vom Deutschen Imkerbund. Was ihr an der Stelle aber nicht machen dürft, ihr dürft nicht sagen, dass mehr Honig bei euch im Glas ist. Hier ist das dann mit dem Wettbewerb so eine Geschichte und 500 Gramm sind im Glas, egal ob mehr drin ist oder nicht. Die Abweichung nach unten ist halt möglich, aber die Durchschnittsmenge muss halt doch wieder stimmen. Das war der Erklärbien, einmal zum Honig und den rechtlichen Faktoren und ich hoffe das Video hat euch gefallen. Habt ihr andere Fragen, habe ich was vergessen, bitte in die Kommentare rein. Habe ich was falsch gesagt, dann natürlich auch. Ich denke aber, das sollte hier soweit passen. Vielen Dank und bis zum nächsten Video.